Hi, ich bin's heute, live vom Kitzsteinhorn. Ich sag's euch, das ist echt extrem. Die Typen nach hinten, bitte gebt euch die. Echt zack, was die drauf haben. Und schaut euch mal den Luftstand an. Dabei sind sie noch echt jung. Ich sag's euch, die kommen noch mal groß raus. Die zwei da oben. Echte Aufsteiger, die Seilbahntechniker. Lehre, sehr gescheit.